Heute sprechen wir darüber, wie du Blackouts in der Klausur vermeiden kannst. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und es gibt ja wirklich nichts Ärgerliches, dass man sich super auf die Klausur vorbereitet, das Gefühl, dass du kannst, ist echt. Und dann kommt dir in der Klausur einfach dieser Blackout und du denkst, fuck, die ganze Vorbereitung hat sich nicht gelohnt. Und damit wir das vermeiden, kommen wir jetzt hier zu meinen besten 5 Tipps. Erstens, die Ursache von Blackouts. Hast du schon mal gefragt, woher kommen Blackouts denn? Weil man hat das Gefühl, du bist auf einmal da und hast ein Blackout und du verstehst nichts mehr, warum es ist. Und ich habe mich ein bisschen dazu auch nochmal extra für das Video belesen. Und im Prinzip kommen Blackouts immer nur, kann natürlich nicht hundertprozentig so allgemeinsam, aber vor allem durch die Angst vor dem Versagen. Das heißt, die beste Prävention, also du kannst am besten Blackouts entgehen, wenn du schaffst, dass du eben keine Angst mehr vor dem Versagen hast. Denn Blackouts kommen gerade dann, wenn diese Angst vor dem Versagen eigentlich total irrational als lebensbedrohlich wahrgenommen wird. Also wenn du wirklich so viel Panik hast, diese Klausur zu verkacken, wie dass du stirbst. Muss nicht unbedingt so krass sein, aber es muss schon intensiv sein, damit wirklich so ein Blackout auch hervorgerufen wird. Aber so ein ernsthafter Blackout. Deswegen das Allerwichtigste ist da schon mal für dich, dass du verstehst, woher das kommt. Und jetzt kommen die weiteren 4 Tipps. Zweitens, die Wirkung eines Blackouts. Was passiert denn genau in unserem Gehirn während zu einem Blackout? Im Prinzip ist das vereinfacht gesagt wie folgt. Die starken Emotionen, also diese Angst vor dem Versagen, diese Hilflosigkeit, die da irgendwie mit sich auch kommt. Diese Unsicherheit. Diese Emotionen sind so stark, dass sie im Prinzip einfach gewisse Gedächtnisspuren blockieren. Und unser Gehirn, also du selbst kannst da nicht mehr darauf zugreifen. Das heißt, beim Blackout ist nicht das Problem, dass du wirklich irgendwas vergessen hast oder so. Das ist alles da. Das Problem ist nur, deine Emotionen, deine Angst vor dem Versagen ist so stark, vielleicht sogar als irrational, aber so sind Emotionen halt nun mal fast schon als lebensbedrohlich wahrgenommen, dass dein Kopf nicht mehr auf diese Gedächtnisspuren zugreifen kann. Deswegen als sinnvolle Maßnahme dagegen drittens vorher mit dem Lehrer sprechen. Die Chance ist in meinen Augen nicht allzu hoch, dass der Lehrer da für dich irgendwie so eine Sonderregelung macht. Aber ich denke, vor allem, wenn du ein gutes Verhältnis mit dem Lehrer hast und der weiß, dass du das, weil das ein ernsthaftes Problem von dir ist, macht, dann kann es vielleicht auch funktionieren, dass du wirklich einfach sagst, vor der Klausur, weil in der Klausur ist es immer schwierig, aber vor der Klausur schon, Herr Lehrer, ich habe extrem oft mit Blackouts zu kämpfen, mir ist jede Klausur so wichtig, ich habe so Angst, sie zu verkacken. Ob das irgendwie in Ordnung wäre, dass wenn du dich in der Klausur meldest, sagst, hey, ich habe jetzt gerade ein bisschen Blackout, dass du zum Beispiel fünf Minuten Pause machen darfst und diese fünf Minuten danach noch weiterschreiben kannst. Wie gesagt, ist nicht so wahrscheinlich, aber ich denke, jeder fünfte, jeder vierte Lehrer wird das vielleicht sogar akzeptiert und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzufragen. Viertens, präventive Lösungen überlegen, also präventiv quasi vorbeugende Lösungen. Sprich, dass du dir, bevor du in die Klausur gehst und dann vielleicht die Prüfung hast, Angst empfindest oder eben auch wirklich krasse Blackouts hast, dass du dir davor schon überlegst, was kann ich denn tun, wenn ein Blackout eintritt. Das kann verschiedene Dinge sein, du kannst aufs Klo gehen, erstmal eine Pause machen, du kannst was trinken, Atemübungen, all das findest du in meinen fünf Soforthacks gegen Prüfungseizkanzler gerne das Video anschauen, einfach aufs i klicken. Und wenn du dir diese Dinge wirklich mal überlegst, was du im Vorhinein alles machen kannst, was dann nämlich passiert, du hast nicht mehr dieses Gefühl von Unsicherheit, was ja eigentlich deine ganzen Gedächtnisspuren blockiert, sondern du weißt, okay, es kann sein, dass ein Blackout kommt, aber wenn ein Blackout kommt, dann bin ich darauf vorbereitet. Das heißt, du bist auch nicht mehr so hilflos, diese Emotionen kommen gar nicht so stark hoch, weil du weißt, selbst wenn es passiert, bin ich vorbereitet. Damit kommt wieder eine Sicherheit und dieses Gefühl von Sicherheit verhindert wieder, dass diese anderen starken Emotionen kommen, wodurch erst gar kein Blackout entsteht. Deswegen schau dir unbedingt das Video an, was ich eben verlinkt habe und überleg dir vielleicht auch noch andere Dinge, die für dich richtig viel Sinn machen, einfach, dass du weißt, egal was kommt, ich bin vorbereitet. Und dann noch abschließend ein Tipp, an dem man überhaupt nicht denkt, weil er so counterintuitiv ist und zwar fünftens, Akzeptanz hilft. Sprich, wenn du mal verstanden hast, wie eben so ein Blackout funktioniert, dass es eigentlich nur dadurch geht, dass diese Emotionen so stark sind, du so stark Angst davor hast zu versagen und dass nur diese Emotionen deine Gedächtnisspuren blockieren und die Gedächtnisunhalte nicht weg sind, dann kannst du was richtig Krasses machen. Aber das erfordert auch von dir sehr viele Überwindung und Selbstkontrolle. Und zwar, dass in dem Moment, wo du den Blackout hast, akzeptierst du ihn einfach. Wirklich fast schon einen Witz darüber machen. So, du verlierst eine Aufgabe und schreibst dir, fuck, ich konnte das doch und dann, fuck, 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 was war das, was war das, was war das? Dass du dir dann selbst den Arsch darüber ablachst. Also, dass du wirklich sagst, hallo, ich hab so ein Blackout. Also wirklich halt so, dieses Spaß hier mit reinbringen, auch wenn es überhaupt nichts zum Lachen gibt gerade eigentlich. Aber trotzdem sagst, hallo, ich hab ein Blackout. Weil mit dieser Entspanntheit, dieser Ruhe, linderst du wieder diese Emotionen. Dein Problem ist, das ist ja das Problem beim Blackout, ja. Erst hast du diese Angst, dass du ein Blackout bekommst, dann bekommst du ein Blackout, dann realisierst du, dass du ein Blackout hast, dann kriegst du noch stärkere Emotionen, die dann den Blackout noch weiter verstärken und du bist in so einem Teufelskreis. Und den kannst du nur durchbrechen, indem du in dem Moment, wo du den Blackout bekommst, da dann sagst, der Blackout ist nicht so schlimm. Weil wenn du sagst, der Blackout ist schlimm, wird es immer nur mehr. Wenn du aber zum Beispiel sagst, hey, der Blackout ist gar nicht so schlimm, dann kommen quasi auch positive Emotionen rein und die negativen Emotionen gehen wieder zurück. Und dann kann sich der Blackout wieder lösen. Dann merkst du vielleicht, oh hey, es geht ja doch wieder. Dann hast du wieder positive Emotionen und dann kommt auch der Blackout nicht wieder zurück. Deswegen beachte diese Dinge und dann wirst du definitiv weniger, wenn nicht sogar gar keine Blackouts mehr haben. Versuch auch unbedingt für dich noch individuelle Lösungen zu finden. Das ist super, super wertvoll. Ansonsten denk dran, ich glaub an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leon.